Hallo zusammen, mein Name ist Christian Schee und hier geht es um die Vorlesung Digitalisierung. Wir werden uns in der Vorlesung mit Themen wie Big Data, Cloud-Plattformen im Internet und künstliche Intelligenz beschäftigen. Ein wichtiges Thema dabei ist auch die Vernetzung von Gegenständen, Prozessen im täglichen Leben, also das Internet der Dinge. Dabei dürfen natürlich auch die gesellschaftlichen Fragen nicht zu kurz kommen. Das heißt, wir werden auch Themen wie Datenschutz oder Sicherheit oder auch den Schutz der Persönlichkeit betrachten und darüber diskutieren und sprechen. Es wird auch ein semesterbegleitendes Projekt geben, bei dem Studierendengruppen zwischen drei und fünf Personen dann ein besonderes Thema während des Semesters bearbeiten, gemeinsam, und dann das Ergebnis zusammen mit den anderen Teams am Ende des Semesters präsentieren und vorstellen werden. Ich hoffe, ihr habt einen gewissen Eindruck davon bekommen, was hinter dem Thema Digitalisierung alles steckt. Und ich freue mich schon darauf, mit euch gemeinsam dann diese Themen zu bearbeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.